Fischbecken und Seerosenteich Fischbecken einen Boden eingebracht. Der Boden besteht aus 3,5er Splitt, der mit Zement vermischt wurde. Das ergibt eine gute wasserdurchlässige Bodenschicht und zudem natürlich durch sehr viele Luft- und Hohlkammern, die bei dieser Ort der Bodenplatte entstehen, erhoffe ich mir eine gewisse Isolierung. Wir haben so eine Bodenplatte bereits bei meinen Eltern im Schwimmbad verbaut und sind durchaus positiv von dieser Bodenplatte beeindruckt. Das funktioniert einfach, schnell und ist eine gute Möglichkeit, eine Bodenplatte zu machen für kleine Becken. Sicher hat diese Bodenplatte keine tragende Funktion, also es ist jetzt keine Bodenplatte für Garage oder etwas ähnliches, aber für so einen Teichbau reicht es durchaus. Der Boden hat ein Gefälle zum Ablauf, das ist mein Kanalablauf hier im Eck, wo dann das gesamte Wasser im Winter abgelassen werden kann. Was ist sonst noch zu sagen? Ich habe an den Ecken sogenannte Hohlkellen modelliert. Am Boden werden wir vermutlich morgen ebenfalls eine Hohlkelle einbringen. Wir haben die Rohrleitung für den Zulauf eingebaut. Weiters habe ich auf der gegenüberliegenden Seite ein Rohrstück für den Überlauf eingebaut. Ja, die Styrodurplatten, sie wurden mit Armierungsgewebe und Klebespachtel verspachtelt, verputzt. Und da werden wir jetzt überlegen, wie wir dann die Wände verkleiden. Derzeit denken wir an ein Steindekor. Als nächstes, wie gesagt, kommt die Hohlkelle am Boden. Dann kommt noch eine Bodenabdeckung auf den groben Splitt drauf. Und dann werde ich versuchen, eine Folie faltenfrei in diese Becken einzuschweißen. Ja, soviel zum heutigen kurzen Zwischenbericht. Ich wünsche euch noch schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Euer Roland O. Ich wünsche euch noch ein paar Tage.